So, moin moin Leute und willkommen zu, äh, ja wie nenne ich das jetzt? Let's Showdown? Willkommen zu Let's Showdown. Klingt gut. Gegen den Spielmannsherz heute. Hi. Hast du gesagt blöder Name? Finde ich schon, aber ja gut, deine Sache. Ich habe keine Ahnung, das ist einfach spontan. Ja, wie ihr seht, spielen wir heute Pokémon Showdown. Äh, das ist quasi einfach Pokémon Online als Flash-Format, äh, mit Animationen und so. Eigentlich ganz hübsch so. Ja, und ich habe gerade keine Ahnung, womit ich anfangen soll. Ich auch nicht, das ist toll. Wir haben eigentlich nur zwei wild zusammengefüffelte, spontane Teams und machen jetzt Live-Narration dazu. Ja, ich glaube, ich starte damit. Ich weiß noch nicht mehr genau, was ich eigentlich habe. Das Team ist zusammengefüffelte, was können die Biester eigentlich? Das kannst du alles nachgucken. Ja, ich gucke es. Wie sehe Keldio, wie sehe Skarmory. Keldio wollte ich auch einfach nur mal ausprobieren. Was habe ich denen eigentlich gegeben? Oh Gott. Was für ein schlechtes Team. Oder starte ich doch mit was anderes. So, ich habe was ausgewählt. Gut, dass ich gerade nochmal zurückgemacht habe. Ich starte mal hier mit. Boing. Hallo, Polytoad. Hi. It's Ghost Napper. Ich musste einfach diese Reaktion provozieren. It's Ghost Napper. Mhm. Oh. Gut. Und, ähm. Dann machen wir doch direkt mal diesen hier. Aua. Das tut mehr weh, als ich erwartet habe. Ja. Also, ich habe da nichts gegen. Das dachte ich mir fast. Ich mag meinen Quack so. Ich mache mal einfach so. Hi. Das dürfte... Ja. Gut. Okay. Du willst mich auch nur anbrennen, oder? Wieso sollte ich dich anbrennen wollen mit dem Surfer? Ach, ne. Ach, Quatsch. Ist ja ein Surfer. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre Scald. Nein, nein, nein. Das ist ein wunderschöner Surfer. Hm. Hm. Mach mal so. Oh, du berührst mich ja gar nicht. Oh. Ich finde das uncool, was da vor mir steht. Das finde ich an deiner Stelle auch uncool. Hm. Hm. Touch me. No, I will not do that. Nicht? Why not? Hm. 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 Obvious, play is obvious. Ja, aber es funktioniert. Boah. Mal gucken. Mal gucken. Boah. Boah, konkret. Like. Like. Das ist doch kacke. My little pony in action. You suck. Es ist das Pony. Du kannst ihm einfach nicht böse sein. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Klar kann ich das. Nein, kannst du nicht. Und wie? Es ist ein Pony. Ja, ich weiß. Machen wir es doch direkt mal so, oder? Ja, komm. Das gefällt mir nicht. Wieso gefällt dir das nicht? Weil, naja. Hi. Hi. Auch gut. Oh Gott, wird das ein Kampf. Ja. Warum dauert das jetzt so lange? Ah, jetzt. Flauschi. Flauschi. Mir ist kein blöderer Name eingefallen. Hallo, Flauschi. Hi. Finde ich aber uncool, dass ich jetzt getoxigt bin. Das kann ich mir vorstellen, dass du das uncool findest. Ich hätte doch eigentlich einfach den Tantel reinholen sollen. Ja, hättest du machen können. War eigentlich so zu erwarten, aber was soll's. Mal gucken, was das noch gibt hier. Ja. Hm. Booyah. Booyah. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden das macht. Oh. Du critest natürlich wieder. Das ist doch nicht lustig. Quaxos Surfer trifft kritisch. Schon wieder. Das ist echt nicht mehr lustig. Meine Fresse. Brava Surfer. Shira Hoshi. Hi. Hi. Bei dem Ding macht der Name auch Sinn. Das muss man ja mal sagen. Also hätte ich Spitznamen verteilt, hätten wir jetzt Shira Hoshi doppelt. Weil Shania würde so heißen. Weil, äh. Weichei. Weil Pink und Weichei. Ja. Mhm. Die gute Shira Hoshi. Ja. Wenn man nebenbei so rechts den Textchat noch mitliest, ist das ziemlich doof. Also nein, ziemlich bescheuert, was die da schreiben. Äh. Ja. Ja. Das ist sehr schwierig. Mhm. Mhm. Den sieht ja von den Zuschauern auf den Moment. Ja, das ist auch gut so. Mhm. 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 Wieso critterst du eigentlich immer in den passendsten Momenten, hm? Weil ich ein scheiß Lackhardt bin. Ja, das ist nichts Neues. Hm. Du-di-du-di-du. Was mach ich denn jetzt mal? Bei dem Biest weiß man nie, was Sache ist. Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Tja. Oh Gott, hi. Hello again. Sieht mir also nach einer physischen Variante aus? Mhm. Würde ich gar nicht mal so unbedingt behaupten. Ja, man kann es Mixed spielen. Man kann Mixed spielen und man kann auch mit dem Drachentanz böse antäuschen. Das ist das Schönste daran. Ja. Ansehe, ein geiles Feed. Ja. Ist auch schwierig zu predikten, weil man nie genau weiß, was es jetzt genau kann. Ja. Hm. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, wie es soll. Bodyslam und Nadalara. Ja, ha, 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 ha. He, he, he. Da steigt sich alles aus. Jetzt bin ich gleich wahrscheinlich tot mit Kelio. Hm. Ja, Kelio. Das ist der erste Ausgleich erst mal. Ja, ja. Ich will so ein Vieh haben. Man muss es in der dritten Generation züchten, aber ich will es haben. Ja, ha, ha, ha. Hm. Hi. Hi. Machen wir das mal so oder nicht? Oder doch. Das macht ordentlich Schaden. Hm. Ich meine, es ist Regen und ich habe einen Drachentanz. Ja. 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 Und ich weiß, was das Schlimmste ist, was du mir antun kannst. Yes. Brave Bird Everything. Das war nicht mal das, was ich meinte. Ich dachte eigentlich an den Wirbelwind. Das könnte ich tun, ja. Könntest du ja. Ach ja. Und hat gereicht. Ja. Habe ich jetzt ein bisschen gepokert, ob es reicht, ob nicht. Ja. Hat nicht gereicht. Hättest wahrscheinlich dann den Wirbelden gemacht, oder? Ich hätte eigentlich erst mal geroostert und dann den Wirbelden gemacht. Ja, okay, gut. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist tatsächlich auch möglich. Oh ja. Wir gehen ein bisschen die Optionen aus. Ja. 38% brennt. Das war noch nicht draußen. Und das ist... Jetzt hätte ich fast gesagt, Flissi, nein, das ist Chansey. Nah dran. Hm. Hm. Probieren wir es wieder. Ja, okay. Nicht ganz geklappt. Mhm. Ich wurde predicted. Haha. Aber einen Counter auf einem Charnera sieht man auch nicht so häufig. Ich finde, es ist ein sehr schönes Set. Ja. Das können wir jetzt den ganzen Tag machen. Das ist dir schon klar, oder? Ja, aber dir bringt es nichts. Nein! Nicht ganz. Glück gehabt. Ja. Ey, hättest du da jetzt den Counter gedrückt, ich wäre so tot gewesen. Ja. So unheimlich mehrfach tot. Hätte ich es besser mal gemacht. Mhm. Ja. Und ich bin tot. Puh, Chansey auch schon mal weg. Oh Mann. Es ist so scheiße. Du hast direkt ein paar meiner Ideen in dem Team ausgekontert. Oh. Immerhin funktioniert das. Ja. Gerardos. Gerardos. Und ich habe zumindest keinen Bedroher gesehen, oder? Nein, hast du nicht. Oh, scheiße. Und du warst schneller als... Bei Para. Ich habe ja wenigstens den letzten Zug von Charnera nicht verschwendet. Durch Para. Ja. Durch Para. Ich meine, der Counter wäre auch gut gekommen, aber... Ich hätte gehofft, dass die Steinkante daneben geht. Mhm. Die wird wahrscheinlich jetzt daneben gehen. Du kennst das Fett. Mhm. Oh. Boah. Meine Fresse. Danke. Endlich ist es weg. Ich habe sie getroffen. Mhm. Ich bin erstaunt, dass ich das überlebt habe. Ich auch. Ich meine, gut, war nicht Stab. Los. Touch me. Ich weiß doch schon, was jetzt rauskommt. Ja. Hi. Hi. Fokus miss. Yay. Fuck it. So. I'm kind of options. Der berühmte Allseits überliebte. Ja. Habe ich ein Problem. Du kannst dir vielleicht schon denken, welches. Ja, ja. Ich kann mir das wohl denken. Na komm. Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch da machst. Ich bin auch gespannt, was ich hier gleich noch machen werde. Mhm. Das ist gut. Ich bin genauso gespannt, was ich gleich machen werde, wie du. Das ist sehr gut. Mhm. Ach ja. Stahl gegen Stahl. Ja. Ach komm. Ob wir es blähen. Ob wir es. Ich wüsste, glaube ich, was ich in deiner Situation tue. Was? Oh. Come on. Hm. Wenn ich noch irgendetwas anderes hätte, was lebt, dann könnte ich da auch wesentlich besser spielen. Aber jetzt. Mhm. Es ist Ende. Jetzt wird das Tentantil mich umbringen. Du kannst immer noch eine Superpower reinhauen. Nein, kann ich nicht. Warte mal, was? Du bist gechoist? Ja. Warum hast du dann bei dem Bullet Punch gegen Zapdos... Ach nee, ich habe die 19% verloren. Okay. Ich dachte, du hättest irgendwie... Nee, nee, nee. Ich habe keinen Life-Off. Ja, ja. Der Life-Off hatte Keldio. Und ich... Stimmt. Oh. Es waren nicht die Eisenstacheln. Es war der Beulnheld. Es war der Beulnheld. Oh yeah. Einer war feiner Unterschied. Ja. Die Superpower wäre gegen das wie sinnvoll gewesen, aber ich kann mich nicht auf eine Superpower choice, wenn du noch das andere Vieh hast. Ja. Ich hätte an deiner Stelle echt die Verfolgung gemacht. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht mehr viel geholfen hätte. Nicht wirklich. Das Zapdos war übrigens physisch defensiv, deshalb hat es das überlebt. Ah, deswegen hat es auch die Steinkante überlebt. Deshalb hat es auch die Moxie-Steinkante überlebt, genau. Ah, auch ein interessantes Set, ja. Ja, es funktioniert scheinbar. Hat was, hat was. Ja, ganz interessantes Match dafür, dass die Teams relativ random zusammengewürfelt waren. Ja. Mein Team hat nur zur Hälfte funktioniert, aber... Ja, und Seedraking hat getan, was es sollte. Ja, bei mir haben meine vier Nicht-Stahl-Pokémon das getan, was sie sollten. Quaxa hat das getan, was es sollte. Garados, Kedio und Schanera. Mhm. Und Shearox und Panzerwund haben abgekackt. Ja, die haben total verkackt. Das sind doch die einzigen beiden, die ich sozusagen als Modifikation seit dem letzten reingetan habe. Ja. Sollte ich nochmal überdenken. Welche waren denn vorher drin? Ähm, ich glaube, Scrafty war drin. Also, ihre Kecks. Mhm. Und Dracoram war noch drin. Ah, okay. Glaube ich, oder? Hatte ich noch was anderes drin? Vor Stelker war auch nochmal drin. Ja, gut. Aber genug des vor sich hin Brabbelns. Ja. Ich würde sagen, das war's von uns für heute. Yo. Bis denn und see ya. Tschö. Tschö. Schöö. Tschö. Tschö. ie.